Schau. Oh mein Gott, was ist des? Hint euch, hint euch. Warte, 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 warte. Hint man das hier. Hier, warte, schau. Let's go. Geertes. Jetzt was spiel ich dir grad für ein Spiel. Haram, blöds. Warte. Ich hab irgendjemanden geschockt, aber ich weiß nicht wo. Ich hab ihn gedowned. Jo, was geht ab? Ja, Harams, wieder ein neues Gameplay auf Wondel. Und zwar, diesmal spielen wir Season 4.5, also die Mid-Season oder wie man das auch nennt. Zwischen-Season, keine Ahnung, wie man diese ganze Seasons nennt. Die haben ja jetzt hier reingebracht, dass man irgendwelche, also die haben echt viel reingebracht. Einmal irgendeine Kooperation mit The Boys, also die Serie, ich weiß nicht ob ihr sie kennt. Und zwar, man kann so temporäre Perks, also so Perks finden, wo das dann random ist. Es gibt auf jeden Fall vier davon. Einmal, also man nimmt es auf und man weiß nicht was kommt, aber es sind vier Fähigkeiten. Und eins davon kriegst du temporär. Die erste Fähigkeit ist Teleportieren. Die zweite Fähigkeit ist Laser Augen. Die dritte Fähigkeit ist so eine EMP, was du fünfmal nutzen kannst. Und die vierte Fähigkeit ist also Hörspringe. Ich finde es irgendwie ein bisschen komisch, das Ganze. Es macht Spaß, paar Runden das mal gespielt zu haben. Aber irgendwie die ganze Season nur solche Sachen, Superkräfte, fühle ich irgendwie nicht in Call of Duty. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr dazu hält, ob ihr so Superkräfte cool findet oder auch nicht. Dann haben die natürlich auch eine neue Shotgun rausgebracht, eine automatische Shotgun. Die zeige ich euch dann auch in den nächsten Gameplays. Ein paar Waffen wurden auf jeden Fall auch schlechter gemacht. Auch die Lachmann, das fühlt sich auf jeden Fall schlechter an. Und was auch komisch ist, die haben glaube ich einen Fehler gemacht in dem Update. Jeder hat auf jeden Fall weniger FPS. Ich habe ja eigentlich so einen Durchschnitt von 200 FPS. Jetzt habe ich irgendwie 100 oder nicht mal 100. Ich hoffe da kommt auch ein Update wieder raus, dass sie das fixen. Und meine Kamera, ich nutze gerade mein Handy als Kamera. Weil die Kamera von, die ich bin normalerweise nutze, die funktioniert gerade nicht. Die wird aber auch repariert, dann sieht sie auch wieder die normale Qualität wie früher. Lass auf jeden Fall ein Follow da. Vielen Dank für den Support dafür und wir streamen täglich auf Twitch. Kommt vorbei, du spielst mit, quatschen, Musik hören, lachen, alles drum und dran. Wir würden uns freuen und viel Spaß beim Gameplay. Heid. Weil... Keine Ahnung. Weißt du, dass ich fühlen würde? Zum Beispiel damals war doch diese Serie voll in Hype. Diese Bankserie, wo doch jeder einen Landnamen hatte. Weißt du noch, wie hieß denn das? Diese spanische Serie. Haus des Geldes. Ja, Haus des Geldes. Dann bringst du halt so einen Skin raus. Weil das war damals halt geil. Und das war echt lange geil. Und das ist ein einfacher Skin. Das ist, ich mein, so ein... So ein... Mit so einer Maske und so. Aber... Der Beuys. Ich kenn die Serie nicht mal. Ich glaub, die Serie ist... Wahrscheinlich... Wo landen wir? In Amerika voll gut gewesen oder ist gerade. Keine Ahnung. Ist eine ältere... Landen hier. Ist eine ältere Serie vielleicht auch noch... Vielleicht ist es auch noch eine ältere Serie. Kann auch sein. Katharina fliegt einfach weiter. Ja, moin. Die bleibt von... Mit uns regieren. Das ist auch schon fast wieder. Ich muss heute... Heute muss ich leider... Oh nein, Katharina! Ich hab die Waffe gefunden. Weiß ich mein, diese... Diese goldene... Ich hab diese goldene Waffe gefunden. Hast gesehen? Das, was du mir gezeigt hast, auch TikTok. Die Waffe liegt hier. Guck, ich zeig's ihnen noch mehr. Warte. Hier, komm mal her. Ah, du bist ja entweit weg. Die liegt hier drinnen. Hier. Hier drin liegt sie. Also... Ist sie. Ich hab diesen Gegner. Nee, Gegner. Also hier lag die dritten, die Waffe. Da, wo ich markiert hab, in diesen... In diesen... Peaky Blinded Skins wär nice. Ja, keine Ahnung, was wir sehen, die hinhernehmen. Man, ich versteh's auch nicht. Keine Ahnung. Nimm die die Waffen. Oha, Katharina ist auf der anderen Seite der Welt. Ich hab einfach Tech-Wie. Ich hab einfach Tech-Wie, gell. Hier, nimm das mit, Duck. Okay, ich Tech-Wie mich schnell, warte mal. Was mach ich jetzt? Oh, Duck, falls ich... Oh mein Gott, Duck, schau mich mal bitte an. Dass ich das kurz aktiviere. Schau, schau, was passiert. Bleib da. Schau. Oh mein Gott, was ist der ist? Oh mein Gott, was ist der ist? Einfach Superman, gell. Da vorne ist aber einer, gell, der hat's an. Du weißt, du siehst, auf der Map, die sind hier in der Nähe. Die sind in der Nähe. Die sind in der Nähe irgendwo. Rechts von uns, rechts von uns. Ach, hier drin drin drin. Nein, meine Waffe ist auf Einzelschutz. Da drin ist einer, Katharina. Im Zug. Ist er tot? Er ist tot. Er holt's hoch, er holt's. Geh da rein, Katharina, töte ihn. Sehr schön. Was ist das für ein Teil? Was ist das für ein... Was ist die Waffe? Attack, ähm. Hast du, hast du lassen. Ich komm rein. Ich komm rein. Ich komm rein. Er ist hier rausgespuckt. Wo ist der raus? Was spielen wir? Auf an wo? Keine Ahnung. Da ist immer noch einer drin. Sag, da ist auch immer noch einer drin. Töte ihn. Ah, da, Kathi. Geht doch, geht doch. Was, 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 was. Was, was. Das ist noch mehr. Rechts, Katharina. Rechts von dir. Ja. Mann, das Ding bringt mich weg. Wo ist denn der? Ich seh ihn nicht. Aber ich weiß, dass er rechts ist. Wo? Andere Seite. Warte, ich töte ihn mit. Schau mal, ich habe Zeitdrohne. Wie nennt man das hier? Warte, schau. Let's go. Wie was? Das war ein Spiel, ich will gerade für ein Spiel. Bro, wo ist der Katharina? Wo? Andere Seite. Andere Seite. Was ist das für eine hässliche... Tschüss. ich weiß nicht was sie mit diesem spiel aber ist das stimmt also keine ahnung was er macht gibt mir ein paar mein gott direkt dass wo noch was passiert da kann ich das auch überschreiben ja oder aber kann überschreiben schon einer kommt das passiert alle aktuellen team von dir nehmen automatisch ein charakter aus der familie sehr entgeilt ach guck mal ich habe super sprung katharina nein guck mal was ich habe und jetzt funktioniert nicht wir wollen diesen gegner bei mir die pushen bekommen haben wir versuchen sie ja ja bei mir ist die man hat schon trolle sind die oben was ich bin ich bin jetzt und wie springen hey wie mache ich das da oben da oben da oben aber ich weiß nicht da hoch springen über die über mir warte ich bin gleich unter mir letztes irgendwo hier unten ich weiß nicht wo aber du bist ganz ich weiß doch nicht mal wie man raus kommt aus diesem scheiß was wo bin ich hier wo ich bin da kann schon da erklärt ich schwöre ich weiß nicht was ich gerade hier spiele aber das ist kein call of beauty grad für mich riesig das ist fühlt sich komplett keine ahnung fortnite aber ich finde voll wenig in diese tag wie zeug katharina warum habt ihr und ich nicht jetzt mal das nicht einmal gehabt jetzt komisch vor mir hier bei mir direkt ich habe den typen so viel damage gegen katharina die kanone im munition die waffe ist da ist einer ich bin bei dir bei dir vor dir ich bin ich bin Ich bin im Boden geglitscht, ich komm nicht mal raus. Echt jetzt? Ja, was ist das für ein Scheiß? Ich hab's dir gestern geschrieben. Ach so, wegen dem Glitschen. Ah, jetzt bin ich wieder draußen. Ja. Jetzt bin ich wieder da. Da snipet immer. Dome, dome, dome. Hey, he's one shot. Shit brick. Gib's mir einfach nur take these. Das macht so Spaß. Das macht so Spaß mit Tag V gerade. Temp V, Tag V. Ach, das ist von der... Flieg auf ihn zu. Irgendwo auf dem Ding. Ja, ich weiß, aber ich komm da nicht hoch. Kann man auch Temp Vs kaufen? Kaufen. Diese Spiele ist sogar was doof. Warte mal, ich such mal Kisten. Hier sind Kisten irgendwo, oder? Hier. Nein, ich find einfach keine Temps. Aber ich hab für euch hier Self-Revives. Nimmst es mal mit da. Da liegt was. Da, wo ich markiert hab. Schau mal, ich find keinen einzigen. Katharina, ich weiß nicht, was du cheatst. Du... Ist immer noch da oben, Katharina. Wir können mal unsere... Unser Lordi sonst... Ne, wir haben kein Geld für Lordi. Hier ist eine Drohne. Boah, das ist... Ah, Temp V. Ich muss euch leider verlassen. Ciao. Unter mir, unter mir. Der kommt jetzt hier raus, irgendwo. Da Temp V. Temp V. Temp V. Temp V. Temp V. Warte, ich hab auch Temp V. Bro, ich hab einfach Teleportation. Komm, du kleiner Hund. Wo ist er? Ist er im Wasser? Er ist oben. Warte mal. Wie kann ich mich... Rechts, rechts, rechts von uns. Wo ist denn der? Da, 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 Katharina. Hier. Da. Ich hab halt immer noch nicht meine Waffen. Warte, ich geh rüber. Ich töte den jetzt. Wo ist der Typ? Ist er noch da? Er zieht mich nicht mal. Schau mal, schau mal, schau mal. Schau mal, schau mal. Schau mal, wie das steht. Ich schwör das sind solche Bots. Alter, was spiele ich hier gerade? Was sind das für Lobby? Da, Temp V. Warte, nimm mal mit. Warte. Ich muss Temp V. Gib mir nicht der Tep V. Nein. Nein. Ehrenloses Spiel. Elektrische Ladung. Hier ist einer. Hier ist einer. Bei uns. Er ist auf dem Schiff. Wo ist der Typ? Gut, er sagt mir nicht, der fährt Schiff. Doch, der fährt Schiff. Er wird sterben. Er wird sterben. Er ist in der Sorge. Er fährt einfach das Schiff weg. Ah, dieses Spiel ist so Katastrophe gerade. Da landet einer rechts hier. Komm, wir pushen den. Ich würde gerne wenigstens ne. Da oben, da oben. Auf dem Dach. Auf dem Dach. Auf dem Dach. Warte. Wir sind so lost. Hier landet einer. Hier. Vor euch. Vor euch. Wer ist? Warte. Und seine Teammates sind hier oben. Warte, ich hole die gleich. Oh, shit. Alles gut, wir können nicht holen. Ich hole ihn. Rechts, rechts, rechts ist auch noch jemand. Immer noch oben, oder? Oben ist tot. Oben ist tot. Geh weg da, du verbrechst. Ah, okay. Die Smoke? Nein. Ah, hier rechte Seite. Warte, warte, warte. Ich muss weg hier. Sonst sterbt es. Nein. Okay. Nein, ja. Ich muss hier weg. Scheiße, ich stehe komplett schmutz hier. Ich habe keinen Smoke. Was mache ich jetzt hier? Wir müssen hier weg. Wir müssen auf die andere Seite. Wir müssen darüber. Wir sind komplett im offenen. Katharina, müssen wir dich kaufen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Lass mal ein paar Drohnen kaufen. Warte. Ich spiele es Katastrophe gerade. Ich weiß nicht. Ich sehe nur... Nein, es gibt leider keinen. Ich habe fast wieder Mörseschläger gekauft. Weil ich... Weil ich... Neben uns ein Gegner irgendwo. Andere Seite. Andere Seite. Siehst du den roten Punkt? Hier drin. Warte. Wo ist denn da? Der ist hier drin. Er ist hier drin. In der Kirche. Da. Andere Seite. Fluch der Scheiße. Bei dir. Er ist genau bei dir. Warte ich kurz. Ja, weil er kommt... Er ist neben mir gewesen. Warte ich kurz. Es sind Bots. Es sind Bots. Und einer ist hier drin. Wir gehen mal weiter vor. Boah. Warum bin ich so schnell? Ich bin so schnell auf einmal. Du hast drogen bist. Leuchtest doch grün. Hallo. Ich bin so schnell wie schnell ich bin. What the fuck. Das sind noch mehr Gegner. Warte ich komm gleich wahrscheinlich von vorne. Ladi. Geht zum 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 Ladi. Da sind noch jemand. Scheinlich. Da klingst von uns. Weißt du woran? Das ist diese rote. Da ist jemand mit TechWi. Er muss hier nur sein. Lass ihn mal vorbeikommen. Wir töten ihn. Ich weiß nicht wo aber er kämpft da drinnen. Er muss die Sonne mit dem gleich aufessen. Er muss gleich die vorbeikommen. Wo bist du Bruder? Er ist irgendwo hier. Er ist noch in der Kirche drin. Hey. Du hörst was? Warte. Nicht wie viel wegen. Gibt es eine Brücke oder was? Unter uns. Wasser. Anderen. Es sind wir uns glaube ich. Warum bewegt er sich die ganze Zeit? Er ist hier irgendwo. Ich weiß nicht wo. Versteht es jemand? Mit dem Markier? Wer hat auf dich geschossen? Katharina? Diese Seite. Das beim Lodi. Der Typ ist doch. Ich verstehe es nicht. Bei Lodi. Die sind richtig los. Warte. Ja. Prissy. Prissy. Ich hab. 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 Da ist noch einer. Die sind hier. Die sind hier bei dem. Bei dem. Bei dem. Ich mach. Bei dem. Lkw. Hier rüber. Immer mit. Teilspiel. Mit. Du kannst. Wenn du hier rüber. Die gehen weiter. Die sind hier. Die sind da vorne. Hinter uns. Hinter uns. Er ist tot, er ist tot, warte. Kapitän, müssen wir dich kaufen? Oder kommst du? Ja. Nee, nee, ich komm nicht mehr. Ich bin tot, ich bin tot. Dag, rechts von dir irgendwo. Der Tempfeet ist rechts. Ja, ja, ich merk's hinter uns, hinter uns, hinter uns. Aber ich weiß nicht wo. Ich seh dir nicht. Gibt's nen Shop? Sag mal, Kapitän, kaufe ich Shop schnell. Kann ich's überhaupt noch kaufen? Oh, hier gibt's noch. Okay, ich geh jetzt dahin. Warte. Ich wünschte, ich hätte jetzt Teleportation, Mann. Dann wär's so geil. So, wir waren Gegner? Ja, ist egal. Sind der Gegner? Ich komm nicht rüber, Alter. Geh doch hoch! Dieses scheiß Wasserspiel! Wie ich das immer gehasst habe, schon in diesem Spiel mit Wasser. Das Gegner, Kapitän, das Gegner. Warte. Ich hab' immer in Deckungsspiel. Ich hab' zwei gedonnert, schießt einfach da rein. Schieß da rein. Warte. Was ist das? Ich hab' noch'n Dach. Das war's. Da, 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 direkt die von dir! Da, direkt hier! Gut. Ich seh' den, ich hab' keinen Place. Hast du da? Deine auf'n Dach? Ja, ich hab' keine Plates. Ja, ich hab' keine Plates. Tag, hast du Plates? Hier ist die Frage, wie job ich die? Na, in dein, in dein, äh, Teil rein oder da? War der Rucksack? Eh, hier. Ja, hier die. Gibt ihr auch, gibt die auch welche? Ich hab' schon, ich hab' schon. Die sind immer noch auf dem Dach, oder? Sind noch auf dem Dach, Katharina? Wir müssen eigentlich in das Haus rein, Dach. Komm mit in das Haus rein, let's go. Der Bus hat mich überfallen. Alter! Warum geht das? Das hab ich noch nie gesehen. Wie kannst du von einem... Ich muss hoch, scheiße, ich hab keine Gasmaske, gell? Ich muss aber eigentlich hoch, Katharina. Ich hab' irgendwann geschockt, aber ich weiß nicht wo. Ich hab' ihn gedaunt. Bro, ich hab' ihn gedaunt. was ist das für eine scheiße ich bin ja jemanden wie viele sind das noch also noch einige ich werde sterben ins wasser die schießen er hat mich gesehen habe ich gesehen was er muss ich pläten ich bitte pläte dich pläte dich doch schade